Hey Leute, bei mir handelt es sich hier um ein getragenes Matchball-Trikot aus der Bundesliga. Ich freue mich, dass wir als Sport-Total-Familie zusammen etwas Gutes tun können. Ich hoffe, dass durch unsere gespendeten Gegenstände ein wenig Geld zusammenkommt, womit wir Leuten helfen können, die es dringend benötigen. Da hoffe ich auf eure Unterstützung. Macht's gut. Ciao.